Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Seit 1996 bietet das Auktionshaus Mehles den Rundum-Service in Sachen Versteigerung von Kunst, Antiquitäten, historischem und modernem Design. Dazu zählen unverbindliche und kostenlose Schätzungen durch eigene Experten sowie aufwendige Präsentationen der Objekte in international erscheinenden Print- und Online-Katalogen. Es finden jährlich vier Auktionen mit jeweils zusätzlich wechselnden Spezialthemen statt. An diesen können alle Interessierten persönlich, online, schriftlich oder telefonisch teilnehmen. Die hauseigene Versandabteilung ermöglicht die weltweite Zustellung der Ware. Die Auktionen in der Vogtländischen Metropole sorgen inzwischen für weltweite Aufmerksamkeit und immer neue Rekordzuschläge. Gern empfangen die Mitarbeiter Sie zu einem persönlichen Beratungsgespräch direkt vor Ort in der Hammerstraße 30 in Plauen. Oder Sie übermitteln Fotos Ihrer zu bewertenden Objekte per Mail an info.mehles.eu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017